hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen angespielt zu dem spiel empires und tribes ihr seht es schon keine sorge kamera verschwindet gleich aber ich will vorher noch ein paar worte zu verlieren zum einen haben das spiel selbst ist von totalen studios beziehungsweise von white vertex studios ist jetzt ab heute schon also nicht ab heute ab dieser woche schon eigentlich als wunschlisten hinzufügung sozusagen auf steam verfügbar den link packe ich euch natürlich in die video beschreibung dazu damit ihr da mal auf gucken könnt dass ihr euch das bei beinteresse in die wunschliste packen könnt es wird im mai in den early access kommen es ist momentan auf itch.to kostenlos als demo version herunterladen ist nur gesiebte datei einfach extrahieren öffnen bei der exe und fertig ist das es gibt nur ein kleines kleines problem eigentlich zwei es ist nicht speicherbar im moment und solange der release noch nicht da es wurde mit den komponisten vereinbart dass auch die spielmusik nicht da ist aber ihr kennt mich also diejenigen die mich schon kennen ihr kennt mich ja ich kann auch ausreichend quatschen damit man sich nicht auf die musik konzentrieren muss die nicht vorhanden ist und es wird noch spannend das kann ich euch sagen ich habe gestern aber schon reingeguckt ich kenne das auch von lieben wieso zimt lieben groß an der stelle den link hau ich euch da hinten mal kurz rein dazu der playlist von dem spiel selber das ist aber noch eine ältere version was er da zeigt ich habe es damals kein gelernt durch den wieso zimt bin dadurch erst überhaupt an das spiel herangekommen und habe mich dann seit dem letzten live stream bei wieso zimt im kanal richtig doll verliebt in dieses spiel und jetzt habe ich endlich mal die zeit während meiner aufnahme pause noch dass ich das jetzt hier endlich mal aufnehmen so jetzt verschwindet auch die kamera keine sorge jetzt geht er doch los wie gesagt die musik ist noch nicht da wenn ihr euch das runtergeladen haben alles ist bei euch in englisch keine sorge hier oben rechts sieht das normalerweise bei euch so aus wenn es frisch installiert habt jemand da so die settings werden auch nicht immer gespeichert das heißt ihr werdet wenn ihr eine schwächere grafikkarte habt oder was auch immer ihr müsst jedes mal noch mal in die settings reingehen und dann hier über diesen scroll balken ups hier richtiges menu über diesen scroll balken mal heruntergehen zum beispiel fausing aktivieren installiert an und ausschalten oder 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 nur so als tipp für euch am rand so es gibt eine kampagne die vor kurzem jetzt vor ein zwei tagen habe ich gesehen auf facebook wurde die jetzt sowohl auch schon vervollständigt die erste kampagne das wiederum lässt darauf vermuten dass es mehrere kampagnen geben wird was natürlich wiederum in meinen fingern kribbelt dann aber jetzt erst mal ganz ganz schnell was ist das überhaupt ein spiel bevor ich jetzt hier wird die starte mit euch es ist wie die entwickler selber schreiben was ich auch wirklich bejahen muss eine mischung aus rollenspiel stetebau simulator und klassischen echtzeit strategie spiel und da starten wir jetzt mal rein wir starten natürlich ganz gemütlich ganz in ruhe wie sich das gehört so als ich kann reingespielt habe okay das geht nicht doch hier können wir unser eigenes banner gestalten gibt es schwarzes banner so gut wie ich spiele gerne in schwarz trage auch gerne schwarz und ja das hat einen musikalischen hintergrund sind wir sind wieder kampfkarpfen ja komm wir sind wir sind kampfkarpfen aber nicht in elfenbeinen weiß sondern ja hier sind richtig das sieht doch richtig gefährlich aus jetzt wird euer banner ja okay habe ich wir gehen zurück so wir haben auch automatisch einen gegenspieler hier in dem schnellen spiel sozusagen der nennt sich anton linden feld startressourcen wenig uhrzeit auch komm hier früh übt sich wer auch siegen will und wir haben momentan zwei verschiedene karten zur verfügung ich muss aber sagen lasst euch nicht davon täuschen 2 x 2 klingt erst mal wenig es ist wirklich eine große karte muss ich würde ich gestehen und die vier mal vier ist dann natürlich noch größer aber wenn euch das hier anguckt dann ist natürlich viel viel schwieriger mit dem gebirge und ein ringsherum wie gerade sie gibt es hier nur ein spieler okay egal wir gehen jetzt trotzdem hier drauf und mein banner ist leicht geblieben der kampfkarpfen der muss natürlich sein also los geht jetzt gehen wir erst mal in die charaktererstellung und ich muss man kleinen schlückchen trinken im moment bitte ich kann mir richtig gut vorstellen wie schön das hier mit der atmosphäre wird wenn dann die musik drin ist aber ich muss auch gestehen im moment fehlt sie mir nicht so haare haare ich habe keine haare von daher ja gut mach mal kurz haa farbe gesichtszüge kann ich hier an so wenn ja da weiß ich nicht wie mausrad funktioniert nicht in dem fall hautfarbe passt so kleidung man kann schwarze kleidung tragen sehr schön das ist gut wie schwarz spiel sporten okay das wurde mir vorher nicht angezeigt wollen wir nicht einfach so instant im spiel gelandet oder gestern nicht vorhin wenn er gut gestern ist eigentlich nach dem schlafen ja und schon sport man hier man fühlt sich ein bisschen wie in minecraft ich könnte das jetzt alles in ruhe lesen hier aber ich habe das gefühl da wird noch einiges geändert hier sehen wir schnell etwas ältere kaliber das sind die ratsherren unserer stadt manchmal haben die auch eine aufgabe für uns dann ist dann so ein transparentes ausrufezeichen über den charakteren aber momentan haben sie gerade nichts besseres zu tun als ihrem kreis zu laufen was sollen sie auch sonst machen übrigens wir sind auch stadtrad jetzt gucken wir uns natürlich erst mal ein bisschen um sind hier schön in der natur gelandet ich hoffe dass der sound nicht zu krass ist weil ich krieg ihn auch nicht leiser ansonsten muss ich die tonspur ein bisschen leiser machen beim rennen vorher doch ich sehe schon das ist sehr laut mit schrift gedrückt halten kann man noch ein bisschen rennen sehen wir hier haben auch einen schönen fluss da drüben ist auch eine brücke da kann ich euch jetzt schon sagen da hinten sind die anderen die anderen ansonsten mit ab kommt ihr in ein maus steuerungsmenü ihr seht hier ein gesundheitsbalken hier ist ein ausdauerbalken der geht runter wenn ich am rennen bin dann hat das hier noch keine funktion bin ich jetzt aber punkt drücke dann habe ich eine fackel in der hand die aber noch nicht brennt hier hätte ich ein eimer in der hand hätte ich ein hammer in der hand haben wir brauchen denn wir wollen natürlich bauen erst was wir brauchen ist ja was brauchen eigentlich wir können mal gucken wir haben hier drei leute mit dem karren wir haben sogar ein paar arbeiter rumlaufen und wir haben ja noch unseren ja unseren rad sozusagen kampfkarten ist auch mit am start das kann man mal gucken nicht hier rein laufe hier oben links erscheint jetzt rathaus e zum öffnen des menüs gucke ich mal rein rathaus ist das zentrum der stadt hier befinden sich die wohnung des bürgermeisters die städtische verwaltung ein materiallager und schlafplätze für derzeit sechs bewohner heißt also für mich brauchen jetzt eigentlich erst mal so schnell noch keine häuser also gehen wir mal hier müssen raus wir machen wieder tab gucken wir erstmal nach was haben wir hier archimedes nein sondern wir haben hier uns selbst steht sogar da dass wir einfach ein hammer haben einfach ein stein hammer obwohl das holz ist und dass der einen schaden verursacht wenn ich jetzt zum beispiel geht das hier in dem menü das geht sogar hätte ich jetzt die fackel die macht keinen schaden einmal auch nicht aber so funktioniert das system im allgemeinen und es gibt ja aber auch die möglichkeit sachen wegzuwerfen das will ich aber nicht ich brauche die an noch und wir haben ja auch ein skillsystem da haben wir ganz verschiedene sammelressourcen ackerbau vielzucht stelle sachen her macht brot oder generell nahrungsherstellung kriegshandwerk gebäudebau wird für mich persönlich sehr wichtig finde ich das kommt natürlich losgehen wie man möchte aber gut es gibt so einiges was man ausgehen kann hier wird natürlich auch gekämpft dementsprechend wird das auch später und wenn wichtig zum baumenü kommen wir gleich jetzt gehen wir erstmal hier drauf wir haben wir noch eine karte die ich so jetzt hier nicht zoomen kann das kommt aber bestimmt noch nämlich mal an hier wird angezeigt dass wir hier stehen dass hier unser ratshaus ist hier ist momentan noch nichts auswählbar ich nehme aber mal an dass das auch noch kommen wird so dann haben wir hier sogar noch unterkunftsübersicht wenn ich jetzt mehrere häuser hätte würden mich hier mehrere häuser angezeigt werden da könnte ich auch gucken auf welcher stufe die sind und so weiter und so fort wir haben wir sogar eine produktionsübersicht wir müssten mal sehen was wir also von welcher sorte wir was wie schnell herstellen dann haben wir ja noch ein handwerk das ist dann glaube ich auch lass mich lügen ich glaube es sind schon die die etwas höheren güter soweit war ich letztens noch nicht ich bin mich leider gestorben und da ist momentan noch nicht mal was zu speichern ist das hier eine kleine never ending story so ansonsten haben wir noch eine ratshausübersicht da können wir dann auch von entfernung aus wenn wir mal nicht in der nähe sind außer ratshaus zugreifen wir können es aufwerten lassen und so weiter und so fort dann gibt es hier noch ein militärische übersicht möchte ich meinen aber das ist militär es wird jetzt hier nur und leider nicht angezeigt ja gut das ist nur so für euch mal als kleiner übersicht hinweis bitte schließen danke okay escape geht natürlich auch da gibt es aber hier noch ein handelsmenü sozusagen das erreicht man auch über die karte wo wir gerade eben waren nur möchte ich wollte ich da noch nicht vorgreifen ich wollte euch das so zeigen ich kann jetzt hier zum beispiel eine tonne holz für vier gold verkaufen oder für fünf gold eine tonne holz kaufen ich kann hier auch andere mengenangaben angeben ich kann hier sogar sagen die priorität der marktkarren abholung von rohstoffen gibt die putin toa brutz ach so ich dachte erste kompost potenzielle schön verlesen gibt die prozentuale verteilung an wie oft die karrenfahrer ausgesendet werden um waren aus der erzeugten aus dem erzeugten betrieben abzuholen jetzt ist bei mir aber die frage wenn es hier 1 2 und 3 steht steht immer derselbe infotext oder moment das sind doch unterschiedliche betriebsgüter sozusagen also das hier ist das speziell für nahrungsmittel und erzeugende betriebe das hier ist für verarbeitende betriebe also für zwischenprodukte beziehungsweise dass das sind hier die handelsgüter nehme ich mal an das wird dann sein wenn ich jetzt aus ton zum beispiel töpferware herstellen möchte oder keramik in dem fall dass das die verarbeitende betriebe sind auch das ist natürlich schön zu wissen aber das geht natürlich so dass wenn ich jetzt das hier verschieben möchte ihr seht schon die anderen regler verschieben sich mit weil ich kann das natürlich nicht sagen für wahre 100 prozent für wahre 200 prozent für wahre 300 prozent sondern dieser pool hier bedient sich ja aus allen vorhandenen karrenfahrern aber gut weiter geht es erstmal das ist jetzt hier wie gesagt unser handelsmenü sozusagen und hier haben wir noch ein forschungsbaum hier können wir eine fünf prozent schnellere produktion für holzfäller erforschen oder für die lehmgrube für den steinbruch für die jagdhütte wir können ja auch einfach aufklicken und rüber scrollen das geht auch einfach oder hier unten den scrollbalken benutzen der bisher unauffällig ist das muss ich ja mal ein bisschen an marken wir können die lagerkapazität unserer speicher um fünf tonnen erhöhen ich nehme doch mal an pro ware und hier geht sogar schon an die erste rüstung die erste schmiedetechnik und in den ersten bogenbau aber jetzt ist hier noch erklärt ist es hier noch gelabert jetzt ist noch ihr schnaggelt zeitkost geld ich habe gerade b gedrückt um auf dieses baumenü hier zu kommen das geht sowohl per maus als ob das natur die steuerung des ganzen spiels ist auch relativ easy steuerungsmenü zu finden muss ich noch mal gucken mit dem ausrad konnte ich kann auch hier beim ausklick scoren und mit x genau mit x und mit y kann man ja auch rotieren aber nicht so weit manchmal spinnt das hier noch ein kleines bisschen es ist wie gesagt noch eine kostenlose demo version momentan auf dem stand vom oktober 2009 10 und es soll im mai 2020 in early access kommen ich weiß sogar schon da ich eben groß auch an der stelle an micha und chris da ich schon einige male mit ein zwei leuten aus dem entwicklungsteam gesprochen habe weiß ich zum beispiel auch dass es deutlich weniger wachs geht als hier gerade in der version zu sehen ist so was habe ich jetzt gemacht ich habe jetzt hier gerade eine straße gebaut und er hat er mir auch gerade gezeigt gehabt ich kann es euch noch versuchen hier zu demonstrieren wenn die flagge rot ist hier wie jetzt hier ist es da nicht möglich ist denkt man sich okay dann baue ich jetzt einfach hier dran aber nein er zeigt baugrund ist schon belegt denn die hitbox vom rathaus und die hitbox von der straße überlagern sich hier abbrechen mit rechter maustasse wäre noch luxus ist momentan noch nicht drin sie war ja erstmal einmal rum denn die handkarren oder diese karren fahrer die fahren tatsächlich immer nur auf straßen die fahren nicht einfach mal so hier übers land außer folgende habe ich mal einen kleinen back gesehen da sind sie wie zum fluss runter gefahren und wieder zurück ab wo keine straße da war so was mache ich jetzt hier ich mache das typisch in der anomanie schon mal ein bisschen vor strukturieren will ich jetzt hier natürlich auch noch einmal durchziehen das geht sogar noch gerade so hat das genommen hat er genommen sehr schön so jetzt habt ihr mal kurz ein standbild weil ich muss jetzt kurz mal ein etwas irritierendes werbebild von steam weg machen das ist werbebild das war das intro vom spiegel was halt so in meinem peripheren augenwinkel herum geflackert hat jetzt bin ich wieder zurück so was brauchen wir zu allererst brauchen wir einen speicher nein denn wir haben gelernt im rathaus gibt es bereits lagern lagermöglichkeiten einen marktplatz brauchen wir meiner meinung nach noch nicht noch ein rathaus macht jetzt auch nicht viel sinn also wechseln wir mal hier oben den nächsten reiter rein wir brauchen holz holz brauchen wir holz wollen wir uns ranholen dann werde ich das mal hier platzieren und ihr seht schon ne seht ihr nicht okay aber doch ihr seht da vorne die flagge die so ein bisschen unten am boden glitzert sozusagen so ein bisschen wabert das zeigt mir an wo der straßenanschluss sein muss denn wie gesagt die handkarren diese diese karrenfahrer die fahren nur über die straßen von a nach b das heißt wenn ich möchte dass ihr holz abgeholt wird dann brauchen die natürlich auch den straßenzugang so das gebäude selbst kann ich jetzt nicht drehen wenn ich steuerung gedrückt hatte es geht auch nicht okay aber es kommt bestimmt alles noch wenn ich eher drücke für rotieren auch nicht cool cool ist bloß das ui verschwinden da ist es wieder gut dann ein bisschen hoch so ich versuche hier gerade ein bisschen auch schön bau einzuhalten so da wird jetzt unser holzfäller gebaut dann wechseln was los das gucken wir uns gleich an da ist schon die erste meldung gewesen die war schon sehr laut für euch gerade außer ich habe es hinbekommen über die tonspur jetzt haben wir natürlich erst mal eine straße angeschlossen außerdem wir brauchen natürlich auch was zu schnabulieren also haben wir es doch natürlich hier noch ein jäger mit rein wenn du hier drüben passt ja doch ganz gut zack 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 straßenbausystem erinnert mich ein kleines bisschen an workers and republic glaube ich hieß es das habe ich beim lieben steinbein offen gesehen ja genau das ist mich jetzt das problem hier ich kann jetzt nicht ganz so gerade bauen weil er immer versucht richtig anzudocken oder an die kreuzung rüber zu gehen was ich aber nicht wollte so bin ich jetzt auch richtig dran hier zumindest so aus ich gebe vor sich aber noch ein straßenkosten zum glück nichts gebäude an sich generell dann schon so leben grobe wo wir die auch gleich noch machen wir kommen wir brauchen auch leben für weitere häuser und ihr seht schon hier gibt es generell ein problem jetzt muss an einer freien leben grobe stehen kann sein dass ich jetzt mist gebaut habe ich gehe mal raus aus dem menü denn wenn ich jetzt kurze orientierung moment was ist jetzt eigentlich los wer bist du bettlermönch einige bettlermöncher bitten eine aufnahme in eurer stadt wenn ich denn schon platz hätte seht schon wir können jetzt hier auch freundspielerisch mit den leuten interagieren johannes bandit sehr gerne würde ich in eurer stadt ein leben nach dem ideal der vita apostolica führen wer dir bereit mich in eurer stadt aufzunehmen und mir das recht almosen anzunehmen zuzugestehen ja was ist denn diese diese twitter apostolica erklärte erst mal was du da machst bevor du es machst komm erst mal mit rein ich hoffe ich kann ich später rausschmeißen falls du mir auf den sack gehst ich danke euch von ganzem herzen dieser ort scheint in der tat ein refugium der nächsten liebe und christlichen toleranz zu sein auf wiedersehen okay eigentlich würde mit euch erstmal hier rüber laufen tolle orientierung hier geht's lang denn wenn ich meine eigene position auf der karte ändere ihr seht es jetzt da da ändert sich auch die karten position also so wie es sich jetzt hier darstellt und ihr seht ich konnte jetzt auch die leben drüber anschließen auch gut war gerade noch ein bisschen am arbeiten das spiel so und da haben wir jetzt auch schon die straße an sehr schön jetzt müssen wir das natürlich noch bauen habe wieder kugel drückt schon das kate jetzt müssen wir die ganze geschichte natürlich noch bauen wir gehen rüber zur leben grobe selbst und ihr seht schon ich habe ja hier einen zimmermannshammer in der hand das hat auch seinen grund ist die schon fertig stimmt ja stimmt ja okay gut wir haben sechs leute wir haben drei betriebe gebaut also zwei leute hier ein von fünf machen jetzt aus einer tonne erde machen sonst eine tonne ziegel in dem fall leben ziegel so in dem dreh ich habe gerade gesehen da wäre sogar eine aufrüstbarkeit drin so dass man die auflevelt diese gebäude das machen wir später auch noch keine sorge holzfäller machen wir auch zwei leute damit hier auch eins an holz produziert wird und natürlich damit die uns nicht verhungern wie jetzt noch mehr bettler sondern die habe ich vorhin nicht gehabt so auch noch zwei jäger die allerdings nur 0,6 nahrung kann anschaffen und ihr seht das ist gerade hier auf der rechten seite in rot unser verbrauch das heißt die nächsten einwohner die ich bekomme muss ich auf jeden fall dann hier in die nahrungsproduktion rein investieren was werden wir jetzt aber machen wir sorgen jetzt natürlich auch für mehr einwohner nachdem ich den nächsten bettler mönch gefunden habe wo tragt ihr alle einheitstracht hier tatsache wir von da gar nicht aufgefallen moin du willst auch hier rein okay der heißt übrigens auch johannes bändis ach das ist noch mal der gleiche der hat jetzt nun keinen wohnraum hier dessen läuft jetzt immer du bist wie bärt kinast in der stadt aufnehmen er hat jetzt aber keinen wohnraum deswegen können die hier nicht einziehen aber keine sorge dafür sorgen wir jetzt keine sorge dafür sorgen wir jetzt das war wieder richtig toll formuliert mein grund mein lieber noch nicht verfügbar warum denn nicht das steht nämlich nicht da also denken wir uns wird wenn man nichts anderes bauen können moment wir klicken auch mal hier durch nichts verfügbar nichts verfügbar außer so ne sachen hier schon verteidigungspalissaden warum wir uns doch jetzt einfach erstmal marktplatz dem würde ich jetzt schon gerne relativ zentral sehen weil ihr seht schon ich habe hier ein bisschen platz gelassen und hier ein bisschen platz gelassen aber wie gesagt schon kleines bisschen reingespielt und es lässt sich auch wirklich wunderbar so spielen wie ein anno finde ich noch mal hier eine straße durch bitte na bitte das geht doch dann seht ihr hier oben noch eine mini karte die geben auch gleich mal richtig drauf da sehe ich doch schon ich habe hier eine straßen anbindung nicht richtig drin es ist hier ein lautes getöse hier in unserem berühmendorf was ist denn hier los stadtratssitzung warum kriege ich so eine nachricht ja ich bin ebenfalls stadtratsmitglied ich bin auch so ein alter mann der hier nur im kreis läuft ist um 20 uhr wir gucken auf den tacho bisschen zeit haben wir eigentlich noch ne aber wenn wir hier mal reingucken denn hier oben unser bürgermeister wohnzimmer eigentlich ja unser schlafzimmer und im wohnzimmer pennen unsere ersten angestellten hier ist auch unsere lampe unsere königliche lampe sozusagen hier unser schreibtisch wo wir unsere tägliche buchhaltung machen in form von flüssiger tinte natürlich was denn sonst hier noch unser wirklich äußerst bequem aussehendes bett obwohl es könnte wirklich bequem sein wenn es so ein strohsack ist das könnte wirklich sehr bequem sein aber jeder ist noch mal tratze darunter das ist holz das ist holz okay wie gesagt die grafik ist noch nicht endgültig keine sorge für die die sowas auch wirklich gerne als augenschmaus sehen die grafik ist noch nicht endgültig ich habe schon grafiken gesehen beim lieben mich haben seit seinem eigenen livestream wo er an den grafikmodellen gearbeitet hat die sind deutlich besser als jetzt hier die momentane grafik obwohl die ja schon schön ist muss ich sagen so was ist los wollen wir zur stadtratssitzung ja oder nein natürlich waren wir zur stadtratssitzung ja so einfach geht das und nein ich bin kein hexer wieder heute so jetzt kann ich hier nicht so schnell vorlesen ist jetzt geht es um eine abstimmung die anhebung der kopfsteuer wir brauchen geld ich bin dafür jetzt kommt das nächste staatsratsmitglied und euch hat seine meinung dazu ich kann jetzt jedes mal versuchen ihn zu überzeugen oder zuzustimmen wir sehen dass hier nur einer dagegen ist die anderen sind dafür von daher mache ich mir jetzt nicht die mühe und verschärzt mir das noch mal daheim ich bin das einfach mal ruhig und ihr seht das ist der hier ist der jetzt gerade seine seine meinung äußert jetzt sehen wir allerdings friedrich siebenberger und wir sehen hier noch eine zeit ablaufen deswegen muss ich mich auch beeilen der ist jetzt nicht so wirklich dafür bevor ich mir das aber mit dem verscherze sag ich einfach mal war schon denn später wird es momente geben da möchte ich selber änderungen in der gesetzgebung hier angeben und wenn die aber alle gegen mich sind stimmen die alle dagegen und wir brauchen natürlich eine einstimmige mehrheit eindeutige mehrheit so du bist du bist dafür dir stimmen wir auch zu habt ihr gesehen meine argumentation dafür obwohl ich ihm zugestimmt habe hat ihn nicht überzeugt das heißt es kann auch nach hinten losgehen wenn wir jemanden etwas zugestehen wofür wir selber auch stehen kann das auch in die hose gehen und wenn man das oft genug macht kann ich mir vorstellen dass das irgendwann zu langfristigen konsequenzen führen kann obwohl ich echt nicht verstehen kann warum die nicht auf mich hören wenn ich doch hier stehe mit dem holzhammer in der hand junge 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 aber ihr seht schon wir haben jetzt vier befürworter obwohl der eine ja schon dagegen war und ich sage ich stimme dafür wo ich stehe gerade teil hat angehalten finde ich ja witzig wir nehmen kein veto recht wir sind einverstanden damit wir sagen entscheidung akzeptieren und jetzt sagen wir dass wir die kopfsteuer anheben wollen ich mache es erstmal nur ein prozent denn oft genug sagen die dass sie die kopfsteuer anheben wollen während ich schon merke dass die bevölkerung sogar unzufrieden ist das gibt's auch das nächste thema erstmal noch ein schluck kaffee das ist ganz wichtig faire gesetzgebung kein bedarf zur änderung obwohl ich ihm zugestimmt habe ich weiß jetzt nicht ob die ob die übersetzungen hier schon richtig sind oder nicht es sind übrigens deutsche entwickler von daher ich weiß jetzt aber nicht ob die texte an der richtigen stelle stehen es kann auch sein dass das hier ein bisschen noch bagi ist ich bin mir da echt unsicher ich enthalte mich jetzt einfach mal meiner meinung denn es sieht wirklich knapp aus ich finde das kann eigentlich alles so bleiben wie es ist von der gesetzgebung her aber momentan haben wir noch keine verbrecher es sind noch keine banditen rum von tipp start habe ich auch noch nichts gehört so er stimmt für hart er enthält sich seiner stimme noch jemand der sich der stimme enthält ok und er stimmt dagegen das heißt wir sind wieder das das zöhnlein an der waage wo ich das gefühl habe dass es immer so ist was passiert ist wenn ich mich der stimme enthalte da wir kein eindeutiges ergebnis erhalten haben bleibt es bei der alten gesetzgebung mein herr habt ihr etwas dagegen einzuwenden entscheidung akzeptieren und so läuft das jetzt halt einmal am tag so was ich mitbekommen habe immer um 20 uhr man muss nicht anwesend seien nicht zwangsläufig aber es wäre natürlich wichtig wenn man sachen geändert haben möchte jetzt geht es um die zeit am pranger da sage ich natürlich ich möchte eine lange zeit am pranger denn wenn schon jemand missbaut soll auch lang genug sich die blöße geben weil da was soll das hier mit unseren sechshandssitz da muss ja kein stress gemacht werden da möchte sich enthalten und halte ich mich jetzt auch ich warte einfach mal ab was ihr so abstimmt und bestenfalls bin ich wieder das zöhnlein in der waage aber ich muss gestehen so ein abstimmungssystem hier kannte ich bisher auf dieser art und weise nur von einem spiel und das hat momentan nicht drin im spiel ich sage jetzt nicht den namen aber für diejenigen die meine etwas älteren let's play schon kennen beziehungsweise die die vor einem jahr begonnen haben wissen von welchem spiel ich rede hier ist natürlich blöd gelaufen habe ich nicht mit gerechnet dass ich so viele enthalten ich sag jetzt so und wir haben kein eindeutiges ergebnis jetzt wissen die aber schon mal dass ich für einen langen pranger bin also für eine lange pranger zeit das waren alle aktuellen themen wir sind durch ihr könnt schlafen gehen junge männer ich mach weiter dort der markplatz steht das ist sehr schön es wird nur keiner mit mir reden hier das ist halt leider noch so in dem spiel und hier sehe ich noch nicht mehr damit nicht mit mir reden möchte steht alle noch ein bisschen verkehrt rum hey was machst du eigentlich mit meiner lampe ich meine wenn sie gerade nicht hinguckt meine geht nicht okay hätte ja sein können so jetzt wird es aber grad ziemlich duster hier ist egal ich finde wir stehen hier eigentlich ganz gut um zu sagen dass wir hier noch weitere häuser bauen und es gibt es hier ein kleines wohnhaus und ein kleines wohnhaus längst was bedeutet das jetzt in dem fall jetzt hier der eingang ist auf der kurzen seite des hauses und hier wiederum ist der eingang auf der langen seite des hauses was ich würde ich sehr sehr schön finde es gibt obwohl man es nicht vermuten möchte war das spiel hat noch nicht mal in dem early access es es gibt jetzt aber schon mehrere arten von häuser ich kann jetzt hier ein kleines haus so bauen und direkt daneben hoffentlich passt das noch vom platz her das nächste setzen haben wir auch mit diesem assistenten so nicht vielleicht hier ne oh das passt vom platz her nicht schade aber moment ich habe da einen kleinen trick rausgefunden ups so wir ändern nochmal die position auf der karte so jetzt gucken wir nochmal richtig hoch so ich habe die ui wieder verschwinden lassen versehentlich ja doch da ging es doch gerade wir haben es alle gesehen ich war es war ganz kurz grün na los ich probiere das auscreen äh ich hätte ich gerne hier dran ausgerichtet okay das ist ihm zu wenig platz aber hier kriege ich doch schon zwei hin schön langsam machen ja so und ihr seht jetzt eigentlich schon was man sehr gut erkennen kann es sind jetzt schon unterschiedliche fundamente hier ist es eher so steinig hier ist es sandig hier ist es etwas dunklerer sand und das ist schon ein indikator dafür dass es unterschiedliche häuser werden wenn sie da mal fertiggestellt sind aber jetzt ist es so ihr seht es ist nur eine baustelle jetzt muss da ja mal dran da muss jemand klöppeln da muss da jemand fertig machen und wer ist es in dem fall natürlich der jüngste vom stadtrat denn die alten drehen ja nur im kreis vor dem stadt vor dem rathaus ringsherum ihre runden und die anderen müssen uns natürlich ressourcen ran schaffen wie mache ich das ich habe den hammer schon in der hand ich drücke es hier mit der linken maustaste drauf da gibt es einen ordentlichen rumser und dann noch einen und noch einen und ihr seht da auf der linken seite bei fortschritt dass sich das bewegt mit der zeiten jetzt muss ich mal was probieren ich hatte beim letzten mal einen kleinen bug ah es geht nicht es geht wahrscheinlich erst dann wenn ich den ersten faustkampf mache aber dazu kommen wir später nicht in der nächsten folge aber in einer der nächsten folgen denn das dauert jetzt hier alles ein ganzes Weilchen ich würde sagen ich mache das jetzt gleich mal ausgehend fertig für euch und dann sehen wir uns gleich am Anfang der nächsten Folge hoffentlich die nicht gleich sondern morgen 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 kommt die am 31.03. sehen wir uns dann wieder wenn die Häuser fertig sind und dann seht ihr was die nächsten Schritte sind also ihr Lieben ich hoffe euch hat Spaß gemacht wenn ihr wissen wollt was genau denn alles morgen noch so passieren wird dann schaltet doch einfach wieder rein also dann ciao ciao